Apple AirTag fürs E-Bike? Guter Diebstahlschutz oder nutzloses Gadget? Der AirTag von Apple wird oft in Zusammenhang mit Fahrraddiebstahlschutz genannt. Aber wie funktioniert das Tracking mit Apples Wo-Ist-Netzwerk? Und kannst du mit einem AirTag dein E-Bike wirklich sichern? In diesem Video erfährst du es. Der Bluetooth-Chip Apple AirTag soll Fahrraddieben den Garaus machen. So zumindest das Versprechen von Apple. Aber eignet sich das kleine, runde Gadget wirklich dafür, dein E-Bike vor Dieben zu schützen? In diesem Video verraten wir dir, wie das Tracking mit AirTag funktioniert, was Bluetooth-Chips von echten GPS-Trackern unterscheidet und ob du mit einem AirTag dein E-Bike wirklich sichern kannst. E-Bike wirklich sichern kannst. PowerUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PowerUnity und nehme für dich in dieser Folge den Apple AirTag unter die Lupe. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere PowerUnity und werde Teil unserer Powerful Community. Heute dreht sich alles um das Wunderwerk Apple AirTag. Klären wir zunächst erstmal die Funktion des Bluetooth-Chips. Der Apple AirTag ist ein einfacher Bluetooth-Tracker, der genauso funktioniert wie Bluetooth-Tracker von Tile oder Chipolo. Er gibt ständig ein Signal an die Umgebung ab, das sagt, hier bin ich. Befindet sich ein iPhone mit aktiviertem Bluetooth in der Nähe, wird der Standort des Apple AirTags in deiner Woist-App von Apple angezeigt. Befestigen kannst du den AirTag mit Schlüsselringen, Anhängern oder speziellen Halterungen fürs Fahrrad. Alternativ kannst du die Bluetooth-Tracker mit Klebestreifen anbringen. Dadurch fallen sie einem Dieb aber schneller auf. Grundsätzlich gilt, hat ein Dieb den AirTag entdeckt, kann er diesen in aller Regel einfach entfernen. Die Ortung eines Apple AirTags funktioniert über Apples Woist-App. Genau genommen ortet dein Smartphone den AirTag nur auf kurze Entfernung, manchmal nur wenige Meter. Auf längere Entfernungen greift das sogenannte Crowd-GPS-Prinzip. Crowd-GPS bedeutet in diesem Fall, sobald das Objekt in die Nähe einer anderen Person mit der Woist-App kommt, leitet das Smartphone dieser Person den Standort an dein Smartphone weiter. Dein Fahrrad wird also nur geortet, sobald es an einer Person mit einer Woist-App vorbeifährt. Damit läuft die Ortung eines Apple AirTags vollkommen anders ab als das Tracking mit einem in deinem E-Bike montierten GPS-Geräts. Ein GPS-Tracker ist nämlich unabhängig von anderen Personen. Er empfängt über NavStar GPS-Satelliten kodierte Radiosignale, berechnet damit seine Position und übermittelt diese an ein Gerät wie ein Handy, einen Laptop oder ein iPad. Ist ein Apple AirTag also ein perfekter Diebstahlschutz für E-Bikes? Nun, es gibt fünf Gründe, warum du mit einem AirTag nur im äußersten Glücksfall ein gestohlenes Fahrrad oder E-Bike zurückbekommst. Erstens, das Anti-Stalking-Feature von Apple verhindert Tracking. Steckt ein Teenager dem Mädchen seiner Träume einen Apple AirTag in die Tasche, sieht er zu jedem Zeitpunkt, wo es sich befindet. Um das zu verhindern, hat Apple ein Feature eingebaut, das die andere Person nach einer gewissen Zeit auf ihrem iPhone darauf hinweist, dass sich ein Apple AirTag in der Nähe befindet und dass sie getrackt wird. Ein begrüßenswertes Feature, wenn es um Privatsphäre geht. Wird aber der Dieb, der dein Fahrrad gestohlen hat, aktiv auf die Ortung hingewiesen, schaltet er wahrscheinlich zunächst sein Smartphone aus, fährt an einen abgelegenen Ort und entfernt in aller Ruhe den Apple AirTag vom E-Bike. Dann hast du natürlich auch keine Chance mehr, das gestohlene Fahrrad zu orten. Zweitens, ein Apple AirTag ist kein GPS-Tracker. Der zweite Grund, warum du dein mit einem AirTag präpariertes Rad eher nicht zurückbekommst, wenn es gestohlen wurde, ist ein wenig subtiler. Der AirTag bestimmt seinen eigenen Standort über den Standort anderer Apple-Geräte. In der Praxis sieht das so aus. Ein mit einem Apple AirTag ausgestattetes Fahrrad einer Person A fährt am iPhone von Person B vorbei. Wenn Person B Bluetooth und GPS am iPhone aktiviert hat, übermittelt ihr iOS-System den Standort des Fahrrads an den Besitzer, nämlich Person A. Wenn jemand einen AirTag oder einen Gegenstand wie ein E-Bike verliert, der auf seine Apple-ID registriert ist, kann er in der Woist-App den Verloren-Status einstellen. In der App kann auch eine Nachricht hinzugefügt werden, dass der Gegenstand verloren gegangen oder gestohlen worden ist, inklusive E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Wenn ein anderer iPhone-Benutzer den Gegenstand nun findet, kann er mit einem unterstützten Gerät eine Website mit der Nachricht verloren aufrufen und den Besitzer kontaktieren. Aber was passiert, wenn Person B Bluetooth, GPS oder beides nicht aktiviert hat? Dann kann der Standort natürlich nicht an den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads übermittelt werden. Mit anderen Worten, der Apple AirTag ist kein eigenständiger GPS-Tracker. Vielmehr ist er eine Brücke zwischen dem Fahrrad und einem Endgerät, das in ein satellitenbetriebenes Positionsbestimmungssystem eingebunden ist. Diese Brücke aber wird sehr leicht unterbrochen. Auf freiem Feld hat Bluetooth theoretisch eine maximale Reichweite von etwa 30 Metern. In der Praxis sind es aber deutlich weniger. Das heißt, das E-Bike von Person A muss deutlich näher als 30 Meter an Person B herankommen. Sobald sich das E-Bike mit dem AirTag von Person B wieder entfernt, ist der übermittelte Standort nicht mehr korrekt. Erst wenn es sich einer weiteren Person, Person C, nähert, wird für kurze Zeit der aktuelle Standort angezeigt. Vorausgesetzt, Person C hat ein iPhone, auf dem Bluetooth und GPS aktiviert ist. Mal ehrlich, findest du das zuverlässig? Viertens, AirTags besitzen keinen Bewegungsalarm. Im Gegensatz zum Apple AirTag hat der GPS-Tracker BikeTracks von PowerUnity einen Beschleunigungssensor integriert. Der Beschleunigungssensor erkennt, ob sich das E-Bike bewegt oder ob es still steht. Stellst du dein E-Bike ab und aktivierst den Alarmmodus in der dazugehörigen PowerUnity App, dann wirst du am Smartphone bei unbefugter Bewegung sofort per Alarm- und Push-Mitteilung informiert. So hast du sogar die Chance, den Diebstahl noch rechtzeitig zu verhindern. Ein Apple AirTag ist ein passiver Bluetooth-Chip ohne Beschleunigungssensor. Er informiert dich nicht automatisch über einen Diebstahl. Wie wichtig es ist, bei einem Diebstahl schnell zu reagieren, zeigt aber die Geschichte von Paul aus Köln. Ihm wurde nachts sein E-Bike gestohlen. Zwölf Minuten später klickten die Handschellen und der Dieb wurde verhaftet. Paul erzählt uns diese spektakuläre Erfolgsgeschichte in unserer Biketrex-Hit-Serie hier oben. Klickt doch einfach mal rein. Fünftens. AirTags haben keine wiederaufladbare Batterie. AirTags funktionieren mit einer austauschbaren Knopfzellenbatterie. Ihre Lebensdauer beträgt normalerweise ein Jahr, aber nur, wenn der Standort nur einmal am Tag übertragen wird. Je mehr Bluetooth-Daten durchgegeben werden, desto kürzer ist die Lebensdauer seiner Batterie. Nur im Vergleich. GPS-Tracker für E-Bikes wie Bike-Tracks werden über den Akku des E-Bikes betrieben. Für den Fall, dass sie keinen Strom vom E-Bike mehr bekommen, haben sie einen Zusatzakku. Dieser sorgt dafür, dass der GPS-Tracker auch dann noch GPS-Daten sendet, wenn die Stromversorgung, also zum Beispiel der E-Bike-Akku, ausgeschaltet oder entfernt wird. Ich fasse nochmal zusammen. Apple AirTags sind praktische Gadgets, mit denen du verlorene Gegenstände wiederfinden kannst. Als günstiger Fahrraddiebstahlschutz macht das Gerät aber keine gute Figur. Nicht nur, weil mit ihm keine Echtzeitortung möglich ist. An vielen Orten funktioniert CrowdGPS von Bluetooth-Trackern gar nicht. Einen Bewegungsalarm gibt es ebenfalls nicht, sollte dein E-Bike einmal unerlaubt bewegt werden. Damit gehen die Chancen, mit einem Apple AirTag ein gestohlenes Fahrrad wiederzubekommen, praktisch gegen Null. Aber hey, das ist nicht weiter schlimm. Schließlich gibt es immer noch echte GPS-Tracker wie Bike-Tracks von PowerUnity. Damit wirst du sofort benachrichtigt, wenn sich jemand an deinem E-Bike zu schaffen macht und kannst ein gestohlenes Bike in Echtzeit verfolgen, auch an abgelegenen Orten und das sogar europaweit. So, das war's heute von mir. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.